Die Männer stehen Schlange. Die Kinder stehen Schlange. Die Frauen stehen Schlange. Die erste Person in der Schlange ist groß. Die zweite Frau in der Schlange hat blonde Haare. Die dritte Person in der Schlange hat schwarze Haare. Die vierte Person in der Schlange hat Durst. Das erste Kind von links trägt einen roten Rock. Das erste Kind von links trägt einen roten Rock. Das zweite Kind von links trägt eine Sonnenbrille. Das dritte Kind von links trägt ein blaues T-Shirt. Das vierte Kind von links trägt einen Hut. Das vierte Kind von links trägt einen Hut. Die erste Ziffer ist drei. Die zweite Ziffer ist neun. Die zweite Ziffer ist neun. Die dritte Ziffer ist sieben. Die dritte Ziffer ist sieben. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Es ist die erste Tür rechts. Es ist die zweite Tür links. Wo ist die Toilette? Es ist die zweite Tür links. Welcher Mantel ist deiner? Welcher Mantel ist deiner? Mein Mantel ist der rote. Es ist der vierte Mantel hier. Mein Mantel ist der rote. Mein Mantel ist der rote. Es ist der vierte Mantel hier. Er ist bei der Arbeit. Er ist bei der Arbeit. Er fährt nach Hause. Er fährt nach Hause. Er ist zu Hause. Er ist zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich fahre zur Arbeit. Ich bin bei der Arbeit. Sie sind zu Hause. Sie fahren zur Schule. Sie fahren zur Schule. Sie sind in der Schule. Sie sind in der Schule. Ich fahre zur Arbeit. Er fährt zur Arbeit. Er fährt zur Arbeit. Sie sind bei der Arbeit. Sie sind bei der Arbeit. Sie ist bei der Arbeit. Er arbeitet im Theater. Er arbeitet im Theater. Sie sitzt im Theater. Sie fahren ins Theater. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte zu meinem Hotel fahren. Wohin möchten Sie fahren? Wohin möchten Sie fahren? Wir möchten zum Theater fahren. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte zum Stadion fahren. Er fährt mit dem Bus. Sie fährt mit der U-Bahn. Sie fahren mit dem Taxi. Diese Leute fahren mit der U-Bahn. Diese Leute fahren mit dem Bus. Diese Leute fahren mit dem Taxi. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Ihr Platz ist rechts. Ihr Platz ist rechts. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Entschuldigen Sie bitte, wo ist mein Platz? Sie haben den dritten Platz von links. Sie haben den dritten Platz von links. Wo sitzt Sabine? Wo sitzt Sabine? Sie sitzt auf Platz Nummer 8. Sie sitzt auf Platz Nummer 8. Sie sitzt auf Platz Nummer 8. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Wie kommst du zur Schule? Wie kommst du zur Schule? Ich laufe zur Schule. Ich laufe zur Schule. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Wie kommst du zur Schule? Ich fahre mit dem Bus. Er fährt mit dem Bus. Sie steigt aus dem Bus aus. Sie fährt mit der U-Bahn. Sie steigen aus der U-Bahn aus. Wir stehen an der Bushaltestelle. Sie sitzt an der Bushaltestelle. Er steigt aus dem Bus aus. Sie gehen zur U-Bahn-Haltestelle. Sie gehen zur U-Bahn-Haltestelle. Ich sitze in der U-Bahn-Haltestelle. Ich sitze in der U-Bahn-Haltestelle. Er steigt aus der U-Bahn aus. Er steigt aus der U-Bahn aus. Sie steigt in den Bus ein. Sie steigt in den Bus ein. Er steigt aus dem Bus aus. Er steigt aus dem Bus aus. Er steigt in den Bus ein. Sie steigt aus dem Bus aus. Die Tankstelle ist weit weg von der Stadt. Die Post ist nahe beim Restaurant. Das Museum ist neben dem Park. Das Museum ist neben dem Park. Die Bushaltestelle ist vor dem Park. Wohin gehen Sie? Ich gehe zur U-Bahn-Haltestelle. Ich gehe zur U-Bahn-Haltestelle. Wohin gehen Sie? Ich gehe zur U-Bahn-Haltestelle. Das Taxi biegt links ab. Das Taxi fährt geradeaus. Das Taxi biegt rechts ab. Das Taxi biegt rechts ab. Das Taxi biegt links ab. Der Bus biegt links ab. Das Taxi fährt geradeaus. Das Taxi fährt geradeaus. Das Auto biegt rechts ab. Das Auto biegt rechts ab. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Biegen Sie rechts ab. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bushaltestelle? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bushaltestelle? Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Hotel beim Museum? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Hotel beim Museum? Gehen Sie zur dritten Straße und biegen Sie links ab. Gehen Sie zur dritten Straße und biegen Sie links ab. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bücherei? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bücherei? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Bücherei? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Museum? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.